Wie fändet ihr es, wenn ich eurer Katze wann immer ich möchte, was zu essen geben kann? Wie fändet ihr es, wenn ich wüsste, wie groß euer Wohnzimmer ist? Und noch viel schlimmer, wie fändet ihr es, wenn ich auf eure Kamera im Wohnzimmer zugreifen könnte? All das ist jetzt tatsächlich möglich geworden mit einer Schwachstellensammlung, die sich Ripple 20 nennt. Ripple 20 wurde vor kurzem entdeckt und ja, die Ausmaße sind gigantisch. Es ist eine Schwachstelle, ein Buffer Overflow in der TCP IP Library. Das sind jetzt sehr, sehr viele Fachbegriffe, die ich gleich noch erklären werde. Es ist gar nicht so kompliziert, okay? Und ja, was möglich ist, ist im Endeffekt eine Remote Code Execution. Was das bedeutet, ist eigentlich relativ simpel und gleichzeitig sehr, sehr tragisch. Diese TCP IP Library, von der ich gerade geredet habe, das ist eine gemeinsame Code Bibliothek sozusagen für Internet of Things Geräte. Also Internet of Things Geräte, alles was zu Smart Home gehört. WLAN Steckdosen, intelligente Futterspender, die man von irgendwo her triggern kann. Über App zum Beispiel, dann Heizkörper, Thermomix, Staubsaugerroboter, all das gehört dazu. Zumindest für Privatleute und da kommt noch sehr viel mehr dazu. Und ja, die nutzen häufig, also nicht alle davon, aber einige oder die meisten nutzen diese Library, bei der nun eine Schwachstelle gefunden wurde. So und diese TCP IP Bibliothek, die dort verwendet wird, ist ein wichtiger Grundstein, dass das Gerät überhaupt ins Internet kann. Selbst der Weg zum Router hin braucht schon dieses TCP IP Zeugs. Und ja, das ist im Endeffekt ein Grundbaustein für alle Geräte, die mit dem Internet verbunden sind. Allerdings nutzen zum Beispiel Handys und Tablets andere Bibliotheken, nämlich die von Android oder iPhone, als jetzt eben zum Beispiel diese relativ günstigen IoT Geräte. So, jetzt kommen wir zu dem Buzzword Remote Code Execution. Das bedeutet so viel wie, ein Angreifer kann jetzt tatsächlich einzelne IoT Geräte dazu bringen, Dinge zu tun, die sie nicht tun sollten. Und zwar genau das, was der Angreifer möchte. Er kann beliebigen Code ausführen. Das heißt, er kann alles damit machen. Er kann zum Beispiel den Staubsaugerroboter dazu bringen, einfach die komplette Karte von der Wohnung hochzuladen zum Angreifer. Er kann auf die Kamera zugreifen und einfach ein Live-Feed sehen und so weiter und so fort. Ich glaube, das ist schon schmerzhaft genug, dass das möglich ist. Ich will aber nachher noch ein paar weitere Horrorszenarien geben. Jetzt denken viele sicherlich, wie sieht es denn eigentlich mit Patchen aus? Man sagt doch immer, Updates machen Geräte sicherer. Und das ist auch absolut korrekt. Wenn Geräte jetzt ein Update bekommen, dann ist das auch wirklich das, was man dagegen tun kann. Dann kann man diese Geräte bedenkenlos weiterverwenden. Denn der Hersteller der Bibliothek hat bereits einen Patch nachgeliefert. Allerdings ist das bei IoT-Geräten leider ein bisschen komplizierter als jetzt zum Beispiel bei einem Android. Die haben kein eigenes Betriebssystem oder zumindest nur ein sehr, sehr rudimentäres Betriebssystem. Und oftmals sind dort Patch-Funktionen entweder gar nicht vorhanden oder wirklich nur manuell möglich. Das heißt, man müsste jetzt wirklich hergehen und die ganzen IoT-Geräte vom Netz nehmen und dann von Hand wirklich ein neues System draufspielen. Das ist natürlich sehr zeitaufwendig auf der einen Seite und braucht auch wirklich Erfahrung mit diesen ganzen Geräten. Doch Ripple 20 ist eigentlich nur eine dieser vielen Schwachstellen für IoT-Geräte. Erst vor kurzem ist eine Schwachstelle für Philips Glühbirnen aufgetaucht, die auch nicht so schöne Dinge zugelassen hat, wie zum Beispiel man konnte einfach auf die Glühbirne zugreifen oder die Glühbirne konnte plötzlich Dinge, die sie eigentlich nicht tun sollte. All diese Probleme sind eigentlich auf IoT zurückzuführen. IoT-Geräte sind viel zu günstig, als dass die Firmen wirklich Geld dafür haben, um vernünftig IT-Sicherheit zu machen. Im Endeffekt sind IoT-Geräte wirklich kleine Computer. Und IoT-Geräte sind deswegen auch sehr, sehr gerne in Botnetzen drin. Das heißt, die sind tatsächlich auch an vielen Denial-of-Service-Eingriffen im Internet beteiligt. Und das möchte man eigentlich nicht, dass seinen Kühlschrank irgendwie plötzlich den Server von der CDU lahmlegt oder sowas. Das ist auf der einen Seite illegal, auf der anderen Seite vielleicht auch ein bisschen gefährlich. Speziell bei Ripple 20 ist es allerdings nicht nur so, dass private IoT-Geräte betroffen sind, sondern auch viele professionelle IoT-Geräte sind betroffen und an Plätzen, wo man sie sich nicht mehr wegdenken kann, weil sie einfach wirklich essentiell geworden sind. So gehören zum Beispiel die Türsteuerung für viele Unternehmen mittlerweile komplett zu IoT dazu. Das heißt, man muss nicht mehr irgendwie sich wirklich mit einem Keycode einwählen, was ja auch einigermaßen unsicher ist, sondern man hat wirklich eine ID-Karte, die vielleicht sogar mit dem Server verbunden ist. Außerdem, und das ist ganz besonders schlimm, gehören Krankenhäuser dazu. Krankenhäuser verwenden sehr viele IoT-Geräte. Diese ganzen medizinischen Messgeräte, die sind tatsächlich ans Internet gebunden in vielen Fällen. Und auch die sind zu einem großen Teil von dieser Schwachstelle betroffen. Das ist wirklich eine Tragödie, möchte man sagen. Außerdem fallen da so Gebiete rein wie Transport, das heißt Transport von LKWs, Transport von Waren, sowie Energieverbrauch von Öl- oder Gasanlagen, die da teilweise wirklich mit IoT abgelesen werden von den Unternehmen, um zu gucken, wie hoch ist eigentlich der Verbrauch gewesen. Telekommunikation, Einzelhandel, Handel, das fällt alles da rein. Die sind alle jetzt betroffen von dieser Schwachstelle. Und somit muss man einfach hier dazu sagen, es handelt sich hier nicht nur irgendwie um, jemand kann mir bei meinem Sex zugucken oder sowas, sondern es handelt sich halt leider auch wirklich um Menschenleben in diesem Fall. Und das ist tatsächlich mittlerweile bei IT gar nicht mehr so selten. Wenn eine IT-Sicherheitsschwachstelle vorliegt, kann es häufig wirklich Patienten das Leben kosten oder Menschen das Leben kosten. Stellt euch zum Beispiel vor, wenn euer Herd intelligent ist, dann kann ein Hacker jetzt hergehen und den Herd aufdrehen und im Zweifelsfall dadurch einen Brand verursachen. Das heißt, IoT, Menschenleben und IT-Security hängen sehr stark mittlerweile zusammen. Und ja, jetzt fragt man sich sicher, was kann man dagegen tun? Nun, wir können sicher sehen, IoT-Geräte lassen sich zumindest zu einem Teil noch aus unserem Leben entfernen. Das heißt zum Beispiel muss der intelligente Staubsauger nicht unbedingt sein. Aber viele Orte sind ohne IoT wirklich komplett aufgeschmissen. Das heißt, Internet of Things ist einfach so wichtig geworden, gerade für Betriebe oder für professionelle Institutionen, wie zum Beispiel eben Krankenhäuser oder eben Unternehmen oder Handel. All diese Unternehmen können nicht mehr ohne IoT und die sind einfach jetzt fest verbaut. Aber ist jetzt IoT generell was Schlechtes, was man auf jeden Fall vermeiden sollte? Nein, eigentlich nicht. IoT ist was Gutes. Wir können es uns in vielen Bereichen absolut nicht mehr wegdenken. Gerade für Krankenhäuser ist das Ganze wirklich essentiell geworden. Und dementsprechend müssen wir lernen, damit verantwortungsvoll umzugehen. Allgemeines Wissen über IT-Security ist wichtig heutzutage. Deswegen auch dieser Kanal hier, den ihr übrigens gerne abonnieren könnt. Was wir tun müssen, ist auf jeden Fall solche Dinge wie Standardpasswörter rausnehmen. Es gibt sehr, sehr viele IP-Kameras, die einfach für jeden auf der ganzen Welt verfügbar im Internet rumschwirren. Und es gibt sogar eine Suchmaschine, die IP-Kameras oder generell angreifbare IoT-Geräte im Netz aufspürt und dann eben zugänglich macht. Es ist einfach gang und gäbe, dass diese Dinge ausgenutzt werden. Deswegen solche Sachen wie Standardpasswörter sollte man auf jeden Fall immer ändern. Und das ist einfach etwas, das muss ankommen. Außerdem müssen wir natürlich verantwortungsvoll umgehen. Wenn wir jetzt zum Beispiel uns überlegen, wollen wir ein Babyphone haben, wenn wir zum Beispiel Eltern werden, dann müssen wir uns vielleicht überlegen, brauchen wir wirklich ein Babyphone, was über App steuerbar ist? Oder reicht vielleicht ein Babyphone, was über ein anderes Telefon im Haus steuerbar ist? Das wäre zum Beispiel schon eine Anwendung, die sehr, sehr viel einfacher ist. Auch für die Entwickler ist hier eine riesige Verbesserungschance offen eigentlich. Man muss nicht jedes einzelne IoT-Gerät mit dem Server der Firma verbinden, sondern es reicht eigentlich, wenn diese IoT-Geräte im WLAN-Netz verfügbar sind. Das heißt, ich habe zum Beispiel meine IP-Kamera und jeder kann darauf zugreifen, der innerhalb meines Netzwerkes ist und nicht jeder, der im Internet ist. Und das wäre schon mal ein großer, großer Fortschritt. Klar, natürlich fallen dann Funktionen weg, wie ich gucke mal, wie es zu Hause aussieht, während ich nicht da bin. Oder ich steuere meine Heizung vielleicht, während ich im Urlaub bin oder gerade nach Hause fahre. Das fällt dann natürlich weg. Aber auch solche Anwendungen kann man sinnvoll absichern. Und da muss natürlich sehr, sehr viel mehr Überprüfung hin. Das heißt, IT-Security muss überprüft werden in IT oder in IoT-Geräten speziell. Und ja, damit dann eben auch wirklich eine sichere Umgebung für zu Hause und für den Beruf geschaffen werden. Das heißt, wir haben hier ein Potenzial vor uns. Wir müssen es nur richtig nutzen. Und wenn wir dieses Potenzial jetzt richtig nutzen, dann haben wir vielleicht die Chance, die potenzielle Pest des 21. Jahrhunderts zum größten Fortschrittsfaktor für das 21. Jahrhundert zu verwandeln. Aber dazu müssen wir halt lernen, mit der Technik sinnvoll umzugehen. Und das reicht leider nicht, wenn das die Unternehmen tun. Sondern auch der Kunde muss mittlerweile da ein wenig geschult werden. Alles klar, in dem Sinne vielen Dank fürs Zugucken und wir hören uns bis zum nächsten Mal. Ciao.